Was ist denn die Version? Ich hab nicht zugehört. Ich war zu beschäftigt mit Rumspielen. Schön, Sie zu sehen. Gehen Sie in den Frachtraum. Ach, Charly fliegt jetzt, ist ja chillig. Ne, Pemos fliegt. Hey! Tschüss! Ich glaub, der wollte heute alleine fliegen. Wat ne Misset. Ja, wir treten in den Frachtraum der Avenger, an dem wir da jetzt hochfliegen, oder was? Alter, was stimmt mit dem Typen nicht? Ich hab jetzt grad noch, ihr habt jetzt gelesen, dass da steht, ähm, yo, du sollst die Avenger in den Frachtraum steigen, weil der andere Typ fliegt. Da hab ich grade geguckt, wo ich einsteigen überhaupt soll, und dann legt der auf einmal ab. Boah, ich hab nicht mal ne Waffe, ich dachte, ich kann mich jetzt mit der Granate in die Luft sprengen, aber nein. Okay, ich fahr mich tot, ne? Können wir auch nicht. Nö, wir sind jetzt hier einfach gefangen, oder was? In der Matrix. Warte mal. Wie stumpf, einfach um Zugehör-Fahrenkeit. Versucht sich im See zu ertrinken. Er soll entscheidend mit der Crew-Slack-Community unter einer Decke stecken. Äh, das sind Selbstmörder. Oh, du bist fast tot, sehe ich gerade. Da. So, ah, hier hinten müssen wir in dieses Feld, müssen wir rein. Ja, das war schon was Klaas, wenn wir da hinten rein müssen. Aber als ich das gecheckt hab, ist er einfach losgeflogen. Jetzt mal Snacks nehmen. Ui, White Peach? White Peach? Da brauchen wir eine neue Sound-Scene, aber die kennt jetzt schon jeder. Ne? Ja. Ich fühl's nicht falsch, ich mach 200 Meter. Keine Herausforderung. Hallo! Ich bin's, der Peter vom Einsatz-Trupp. Bitte einmal das Gelände räumen. Gelände räumen, hab ich gesagt. Und sonst werden die alle zu Abfall verarbeitet. Digga, da oben stehen wir ein Typ. Mann, ich wollte den Typ da oben abschießen. Aber wir waren wir noch nie, ne? Doch, in einer Mission waren wir hier schon mal. Also, in der Vergangenheit. Ich weiß, dass wir hier schon mal waren. Das war ja die Riegerie, glaube ich. Das Ding, dafür lohnt es sich, 5 Millionen auszugeben. Für den Server-Fahr? Ja. Damit man da auch Clash-Videal spielen kann? Nein, aber... Rette Avi Schwanz, äh Schwanz, äh Schwanz, äh Schwanz. Ey, das ist mein Minecraft-Server. Guck mal, in dem Server hier, wo es mal geht, die erste Story im Koop spielen. Das liegt bestimmt nicht so. Oh, ich bin fast tot. Was das Beste ist, wir haben uns vorhin gerade auch noch darüber geschärzt, dass Snacks haben. Wo auf die Seite kommt, sie aufzufüllen, sind wir auch nicht, ne? Ich habe die in der Avenger aufgefüllt. Oh, ich nicht. Ey, A, wie, A, wie. Ich habe noch fast Dwight in der Tasche. Ja, geil. Ja, soviel dazu. Jetzt hast du uns rechts aus. Hallo. Ich bin euch sehr verbunden, wenn ihr nicht, wenn das eine Mission ist, wo ihr nicht misstoren könnt. Weil dann bin ich euch gleich los. Der, kannst du jetzt bitte sterben? Ist sein der Job. Ja, steh bitte wieder auf. Komm mir um die Ecke, genau. Okay, gut. Warum haben wir eigentlich zwei Sterne? Mann, wo ist denn dieser Avi-Schwarz? Der steht am anderen Ende der Map. Scheiß Schwanz. Ich laufe mal kurz hin. Na, mach ich auch gerade. Ja, ficken. Das jetzt nicht? Hallo. Ich bin wieder. Ne, ich bin hier, um dich zu töten. Ich bin tot. Nein, Krankenwagen. Ich bin so mitten in der Server-Barm. Kaum Krankenwagen, keine Gefahr. Ey, Avi, können wir bitte gehen? Oder bleibst du hier? Wir gib dich mit Schwanz-Mans zum Eingang. Der ist nicht frei, ich bin ja gerade auch für gehen können. Ah, der kommt jetzt. Okay. Digga, warum bin der? Jetzt zeichne ich mich hier eigentlich jeder als Loser. Hallo. Weil du einer bist. Ach so. Ein Loser mit einem Karabiner. Danke für die Info. Wusste ich noch gar nicht. Aber dieser Avi, Digga, der sieht aus wie der größte Loser. Ja, der ist ja auch ein Hecker. Ja, der ist ja auch ein Hecker. Ich kann mich hier umbringen. So. Ich gehe dann mal wieder zum Ausgang. Komm, Avi, lauf einfach. Navi. Nimm deine Beine in die Hand. Komm, Navi. Navi, lauf einfach. Hallo, wollen Sie bitte weiter am Weg rumstehen? Alter, ist dieser Navi lahmarschig. Ja, ist uns scheißegal, solange wir alle Gegner aus dem Weg wollen. Guck mal, kommt da. Guck, da ist er doch. Nur er nimmt doch schon seine Beine in die Hand. Hier vorne, die Stelle ist schlimm. Geht so viel, ja? Nein. Ja, das war nicht. Sie ist schlimm. Jetzt fress ich wieder. Schnell fressen, fressen, fressen. Ja, Nav. Bitte, Nav, während auf dich geschossen wird. Hä, wo ist denn der Ausgang? Hä? So hier. Ja, wo wir reingegangen sind. Zum Glück habe ich noch ein bisschen weiter, mal. Wie dein Auge. So, als musst du noch du heil ankommen. Ich kann jetzt noch aufzählen, ich muss mich noch ein bisschen umräumen. Was geht ihm los? Ich muss mich noch kurz mit ein paar Leuten beenden, die kann werden geblasen. Das gibt Alarm. So, Schritt Nummer zwei. Ihn zu Avenger bringen. Äh, ja, die am Arsch der Heidi gelandet ist. Ja, muss durch Parking Mosfisch werden, nicht von mir. So, dann bist du da dann. Gute Idee, vor den Leuten mit Wachen wegzulaufen. Hallo. Drecks Elis. Ich würde sie gerne dazu einladen, mal wegzugehen. Danke schön. Sie, liebe Mitmenschen, würde ich auch einladen, bitte wieder zu gehen. Komm mir jetzt hier dieses fette SEK-Auto, Digga. Wenn ich einfach so geil gepanzert ist, Digga. Also, komm rein da ran. Ja, ich komm gleich. Ich komm gleich. Nee, Hauptsache Dings ist drin hier, Navi. Ja, ich komm mal auf mit, ne? Ja, du steigst, glaube ich, hier hinten ein. Ja, ist scheißegal, wo ich einsteige, aber ich komm mit. Ich bin nicht hierbleiben. Hallo, sind alles Polizei-Office. Alter, wehe, er macht das Scheiß-Tor jetzt nicht auf. Hallo, ich wollte Ihnen bloß sagen, bitte das Tor öffnen. Alter. Das wäre zu geil geworden. Warte, hier vorne. Wir müssen hier vorne aufräumen. Hier rauskommen und dann hier vorne aufräumen, weil da steht auch so ein SWAT-Wagen. So, komm Navi und Joker, komm, Abfahrt. Ja, ich bin schon gemeldet, ich muss alles weggeräumt, was von dem Weg stand. Komm, der ist hier hinten drin, der Alte. Ups. Komm, die haben wir noch ein bisschen auf. Nee, komm jetzt einfach, Digga, bevor du stirbst. Ich stirb nicht. Alles gut. Na, steig zum Navi. Ich hab nur mehr Schaden in dem Moment bekommen, wo ich einfach die Einsteiger-Animation hatte als davor. Aber ansonsten ist alles gut. Ne? Ansonsten geht es mir gut. Wir sind normale Polizisten, die mit Sirene durchknallen. Mit Sirene. Ne? Das ist halt ein Navi. Navi. Du flippt it! Hat er etwa Angst, der Hacker? Ja, er hat gerade gesagt, du flippt it, also dass du es umgedreht hast. Ich vernichte die Karre noch. Oh Gott, jetzt sind alle Sp... Oh Gott, jetzt sind alle Sp... Und dann... Oh Gott... Oh Gott... Oh Gott... Oh Gott... wie zu zerlegen ist ja wie in einem ego-shooter jetzt bist du zum ersten mal im geschütz unter event oder was jetzt kann ich auf ziele schließen anders als auf spieler ja jetzt siehst du auf npcs und nicht auf spieler ja ist halb so witzig und die avenger ist was dauern sie hat zehn prozent schaden gekommen naja aber wo ist denn dieser boot das ding wasser logischerweise aber ich konnte die munich im visier nehmen ja drei verschiedene geschütze da ist jetzt wieder so ein schwule heli der auseinander geflogen ist oder schon wieder sechs jetzt mars geschützt oha hier geht die party ab oder kommt noch ein chat geil der gehört mir ich sollte jetzt sehr sollte die avenger noch zerfickt werden bta ja krasser scheiß jetzt die spawn die autos ja weil wir es glaube ich geschafft hat die zu hacken oder so der computer ist aus sieht mehr aus als wenn wir abstürzen würden ja ihr muss manuell steuern der computer ist aus wie du versenkst die karriert es ist ja von der story folge das ist so viel meine armen fünf millionen die wurde vorhin schon in die luft gehabt aber sie ist es vorbei